Ich bin halt militärisch immer der Unterste, weil ich die ganze Zeit auch was verliere und deshalb greifen die gerade so weiter an. Aber gut, kriegen das schon irgendwie. Tötet sie. Okay, jetzt wird's knapp für mich. Schön meine fetten Wikingerbäuche hier reinstellen, dass ihr wieder schön eng wird. Und Feuer. Warum steht denn der da so in der Tür? Einer macht bitte noch. Gelb. Gelb. Warum ist auf einmal gelb so stark? Arsch. Kommen jetzt endlich Waffen? Hab kein Holz mehr oder was? Nee, das kann, das kann jetzt... Hä? Siedlermangel kann auch nicht sein. Musste da viel gegraben werden? Pauzi. Verdammt. Wie bauen die bei mir grad gar nix? Aber auch das noch irgendwie verteidigt. Ja klar. Komm doch. Ist doch was gerissen, ey. Was? Ich brauch Werkzeug? Glaub ich nicht. Ach ne, die kann ich jetzt auch nicht ausbilden. Ich wollte nochmal Pioniere über den Berg schicken. Ahem. Ahem. Hab ich keine Bauarbeiter mehr? Wo sind die denn alle? Da laufen welche. Ja, mach die großen Wohnhäuser. Das kann auch nicht ganz falsch sein. Bis zum nächsten Mal hierher! Oh, oh, oh. Wenn jetzt nochmal so eine Welle von unten kommt, wird es schon kritisch. Sammeln. Ja, Wahnsinn. Ihr baut was. Und hier baut ihr sogar was fertig. Ich bin halt militärisch immer der Unterste, weil ich die ganze Zeit auch was verliere. Und deshalb greifen die gerade so weiter an. Aber gut. Kriegen das schon irgendwie. Okay. Jetzt kommt da aber schon wieder welche. Aber von unten kommt gerade mal nichts. Kurze Erholungsphase. So, also Eisen läuft mittlerweile. Waffen auch. Die kriegen es nur nicht wegproduziert. Wie gesagt, die Gebäude fehlen. So, und die dritte Welle. Okay. Baut jetzt was zusammen. Auf geht's. Ich bin ja fast noch ein Fleisch. Ich bin ja fast noch ein Job brauchen. Okay. 86 habe ich ja noch. So. Hier wären doch sicherlich noch Ziele, oder? Ach, scheiße. Ich habe hier unten auch Militär stehen. Da können wir eh gerade mal hier mal irgendwie hinlaufen. Ich habe da ja auch eine Kaserne. Ich kann die Zeit nicht einblenden. Das ist ein Satellis United. Bok. Schon länger, tatsächlich. Aber, ähm, weil Singleplayer, glaube ich, das nur betrifft. Weißt du, wie das ist? Dann juckt das da keine Sau. Nee, das ist, wenn du, ähm, wenn du einen Singleplayer-Safe-Game lädst, dann ist die Spielzeit weg. Und dann kannst du auch so viel F7... Aha! Okay. Jetzt geht's wieder. Vorhin ging's nicht. Da ist die Spielzeit. So viel F7 hämmern, wie du willst, wollte ich sagen. Fail. Keiner trottet. Keiner ist zu doof. Yeah, Schafe, die holen wir uns. Weißt zwar nicht, was ich die brauch, aber... Werden jetzt eh Schweine draus, glaube ich. Wollte mich wieder tauern, die Sau. Seht ihr das? Fehlen Hemmerer. Wir sind dran an der Sache. So. Bisschen Land einnehmen. Komm. Können wir vielleicht mal den grünen hier zurückdrängen. Dann ist das Thema Tauern auch durch. Weil hier kommen sie offensichtlich... Haha! Offensichtlich doch! Ja, aber jetzt erstmal die zwei Wellen hier wieder abwehren. Weiß und blau. Scheiße, zu viele. Den müssen wir uns nicht geben, den Kampf. Die wollen nämlich woanders hin. Die wollen zur Burg. Die laufen vorbei. So, los geht's. Meiner Lieblingskampfstelle. Wir haben auch wieder ein paar Bogies gekriegt, Gott sei Dank. So, und jetzt können wir auf den Tor. Hi, Lulux. Grüß dich. Boah, ich hab grad... Ich hab die schon an der Burg gerade gesehen. Ah, fuck. Kommt ihr denn jetzt her? Äh, ja. Jetzt sind wir recht. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich irgendwann auch welche hochziehen muss. Also teilt euch auf am besten. Uh, ihr bleibt da. Okay, den kriegt man erstmal nicht platt. Dann können wir nochmal hier gucken. Ist das alles? Dann könnt ihr hoch. Burg schießt mit, alles wird gut. Oh, das ist gut. Gut. Burg schießt mit. Oh, Dat ist gut. immerhin mal blau die beiden blauen überholt ja genau mach die weg zack mh mh hey So, hast du jetzt hier noch Hämmer rumliegen? Drei momentan. Was ist ein Gemetzel, ey. Hat jemand die Kills gezählt? Aber die Wikinger halten Stand. Was zum Thema? Machst du halt noch die Mission noch fertig? Jo, eher nicht. Aber wir haben für kürze Woche nächste Woche. Dann ist es eigentlich Dienstag oder Mittwoch. Vielleicht streame ich nächste Woche Dienstag oder Mittwoch. Oder Dienstag und Mittwoch. Sagen wir es mal so. Ja, eigentlich kann ich mir das nicht erlauben. Nächste Woche nur ein Livestream tatsächlich am Dienstag. Und da spielen wir auch Siedler 4. Wisst ihr warum? Weil ich brauche Urlaubscontent. Sagen wir es mal so. So. Ja. Haut doch ab. Schwerter dabei. Nein, nein. Okay. Wenn ich dann vielleicht irgendwann mal zur Gegenoffensive ansetzen könnte. Wo sind denn jetzt? Ich habe doch 5 ausgebildet. Ich habe keine Kohle mehr. Fragezeichen. Also mal Kohler bauen. Holz ist jetzt nicht mehr so relevant. Habe ich irgendwo Schwertis? Was soll ich diesen? Komm. Wir machen 50-50. Ab hier. Jetzt komme ich nie vorwärts. Da würde mir jetzt wieder reintauern. Ah, nix. Ah, bleibt hier einfach stehen. Läuft hier immer schön vorbei. Verliere ich da was erstmal nicht? Erstmal halb so wild. Was ist denn das hier? Sind die... Sind die tote Tiere? Warum bewegen die sich nicht? Ah, doch der. Was ist mit den Rehen los? Was ist denn das hier? Ähm, also wenn die vorbei ist, dann kommt, ähm, ich glaube, die heißt Alexander der Große. Bin mir nicht sicher. Aber fast sicher. Erstmal noch die Trojane hier weg. Oh, kam schon lang kein Angriff mehr. Dementsprechend zeigt meine Kurve mal ein bisschen höher. Äh, eine Trojaner-Kampagne? Du, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, eine Römer-Kampagne. Das steht... Äh, ich weiß nichts über diese Kampagne. Gar nicht. Es steht nur das nächste auf meiner Liste. Soll gut sein. Aber die hier sollte auch gut sein. Und die war es nicht. Aber die Mission ist top. Also die letzte... Fast. Action vorhanden. Wo wird gekämpft? Ja, dann könnten wir jetzt ja mal einen Move machen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, also ich könnte ja mal gucken, ob ich mich mal einfach mal blöd hier hinstelle. Wenn natürlich jetzt hier von rechts eine Riesenwelle reinschwappt, dann ist das doof, was ich jetzt gemacht habe. Mal gucken. Ich bin mir nicht sicher. Dieser Turm ist nicht besetzt. Ist gut. Hier ist schon wieder los. Ist blöd, ne? Mal so Bogenschwerter... Da ist ein Schwert hier. Also. Die Bogies an diesen Turm. Die Schwerter... Shift ich an den da oben. Go. Während meine Armee... Armechen... Mal hier runterläuft. Jetzt holt euch den Scheiß. Ey, Hübel, was auf YouTube gerade wieder abgeht bei mir, ne? 30 neue Kommentare. Was ist denn los? Mit der Anu-Community. Das gefällt mir. So. Tauer da mal rein, Penner. Wie dreist ist es, hier so eine Scheiß Schaffzucht hinzustellen? Bleibt hier stehen. Das ist gut. Nicht. Kommt wieder kaum Militär nach. Und was hapert es? Kohle. Übelst. Aber nicht an Nahrung, oder? Also eins, zwei, da geht noch was hin. Drei, vier. Das ist schon verzweifelt, was ich hier mache. So, und hier? Uiuiuiuiui. 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 Uiuiuiuiuiui. Alter, was geht ab? Muss irgendwo ein Nest von denen sein? Aber Gelb frisst, jetzt ist Grün plötzlich wieder so stark. White Wolf! Vielen Dank! Ehrenmann. Weißt du ja, ne? Dann orientieren wir uns mal zum nächsten Turm. Wenn wir hier in alle Richtungen schießen. Ich muss aber den Schwertern dann schon sagen, dass er da hinschieftet. Sonst geht's schief. Haben die sich hier gegenseitig getauert oder was? Ihr seid doch verbündet. Deshalb kommt der nicht voran. Gut für mich. Ist doch noch irgendwo ein Schwerter vorhanden? Nein. Nein. Einfach nein. Nein. Die Zielobjekte der Wikinger, die sind so riesig. Ja genau, ja genau. Blau hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ist das irgendwie Holzmangel? Ja genau. Weiter, dann halt nicht zu blau. Was machen eigentlich meine Siedler? Ja, dann können wir mal wieder ein paar setzen. Und ja, ich sehe, dass blau da oben gerade durchbricht. Dann sammelt euch nochmal. Ja genau. Meinz. Meinz. Ja genau. 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 Ja genau.